Du weißt, was ich getan habe, um das Geld zu kriegen. Sag, was hast du dafür getan? Sag es! Eine Menge schrecklicher Dinge. Was ist das? Ich hab's gefunden. Wir können es einfach behalten. Du wolltest keinen Anteil? Ich wollte nur nach Hause. Das kleine Miststück benimmt sich nicht wie ein vernünftiger Mensch. Ich geb's nicht hier. Was ist nur los mit dir? Sie hat diesen Blick. Diesen irren Blick. Dann geh mit zu den Bullen. Nein! Du könntest alles haben. Alles, was du willst. Ich will mein Geld! Ich brauche das Geld. Du brauchst es oder willst es? Darf ich dich mal was fragen, Vic? Was passiert, wenn man endlich etwas bekommt, das man schon immer haben wollte? Eine Menge schrecklicher Dinge. Eine Menge schrecklicher Dinge.